Viel Vergnügen! Danke dir auch! Bleib friedfertig, Dankeschön! Let's go! Ja, viel Spaß! Let's Mute! Komm Poster! Neue Runde, aber erst im Stream bei dem Streamer ist und ja, ich bin im Poster. Ich tue gerade mal hier so, mach mal das Licht aus. Schon wieder ein Poster. Ich gehe mal mit Light fixen. Oder auch nicht. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu früh abgehauen. Mad Bay. Ne, Upper Engine nicht Mad Bay. Mad Bay habe ich gerade geschlossen, glaube ich. Sabotage kann ich hier nicht machen. Ab in Security. Da drüben laufen welche lang. Ah, hier läuft jemand lang. Im Poster-Kollege. Wir sollten nicht gemeinsam rumlaufen. Ich gehe mal hier fixen. Nicht für den falschen Button drücken. Das hatte ich schon mal. Ich gehe mal nach Electrical. Bietet sich das immer sehr gut an. Bietet sich das immer sehr gut an. Ich habe grün in Electricals gefunden. Oh shit. Er ist tot. Ja. Okay. Habe das leider niemanden gesehen. Kein Sass. Könnte der Reihe nach mal durchgehen. Wo war Salami? Nur die letzte Position. Hier habe ich doch Cams. Cams. Wo war Zwergi? Ich bin gerade im Moment bei Upper Engine. Und kam gerade von unten. Okay. Wo war Panther? Ich war Richtung Admin. Admin? Ich war gedöhnt. Kabel gedöhnt. Wen hast du jetzt gevotet? Es gibt wahrscheinlich. Mystic war wo? Ich war mit dir bei Weapons. Wo war Iana? Ich war bei Sturridge und habe das mit diesen Drahten gemacht. Und Toady? Nein. Ich bin gerade aus Hields ausgelaufen. Gut. Nachkommunikation Richtung. Okay. Delectrical war ja die Leiche. Kann jeder ungefähr. Kommt halt darauf an wie die Altie schon ist auch. Das kann eigentlich fast jeder eine Frage kommen. Also skip. Wenn jeder eine Frage kommt. Ach ja. Also ich habe aktuell keinen Sass. Jetzt mal wieder ein bisschen mystiker. Wenn wir nur so ein Minimum machen. Weiter gehts. Nächste Runde. Wen kehren wir als nächstes? Es gibt ja schon mal keine schlechten Käse. Ja das ist auch schon mal. Kann sich schon fast sehen lassen. Das Wenden am Ende war ein bisschen bescheuert. Schauen wir mal in Camps. Da ist jemand im Reaktor. So. Die Zahlen. Das ich mache. Wollte hier gerade killen. Ach du Scheiße. Das wird umgelaufen. Hallo ich bin ein Imposterkollege. Fünf. Fünf. Sechs. Drei. Sehr schön. Schon mal ein bisschen zu trubel. Oha eine Leiche. Ähm Anna. Ein Mystik liegt in Weapons. wo bist du hingelaufen als der alarm losging ich bin in kaffee terrier hoch ja ja warum du bist das acht mal rausgelaufen als der alarm ging ja weil es oben in natur in welchen einen alarm gibt ja den habe ich dann gemacht ich dort hingegangen bin wahrscheinlich eine frage an wiss wiss als du vor roundabout 7 8 sekunden aus viel traut bis richtung storage bist du da zusammen mit anna gewesen auf der rechten seite mit anna ja ich habe die arge befürchtung dass an nämlich drüben gewöhnt dass der geräusche bei ersten punkt in weapons der punkt ist schlagartig verschwunden in navigation aufgetaucht dann ist der punkt in navigation verschwunden in shields aufgetaucht dann bin ich von admin raus runter richtung storage da kam mir anna entgegen und kurz dahinter kam mir wiss entgegen ok also ich war gerade im reaktor genau jetzt die runde bevor der reaktor angehen ja jetzt am schluss aber davor nicht also ich habe niemanden gesehen ich kann nichts dazu sagen also ich war ich weiß nur dass ich am anfang mit mit einer gemeinsam in weapons war und sie ist halt rausgegangen nach oben weil sie mich wahrscheinlich zum ich habe den alarm dort in netman gemacht deswegen hat sie wahrscheinlich schon gesehen dass ich das mich machen dass meine aussage in der zeitspanne von vor 15 bis 20 kunden handelt ich war halt gemeinsam mit mir dort ich glaube ich war nicht mal schiels das wundert mich jetzt so gehen wir mal hier lang wo können wir nun tasks task fälschen den auto kümores fälschen mal nicht aus schön nicht aus knipsen so schade die konnte man nicht gehen war so schön alleine dort jetzt noch ein elektro kill kill das wäre ja mal was feines oder auch nicht und abholen das wäre jetzt blöd ich bleib mal am wend sonst sieht man mich noch wenden es hat gefährlich das wenden hier guten tschau salami wo bist du gerade so lange na versuch zu beten was war es jetzt am anfang der runde denn wenn man ja weil ich auch keine task mehr hatte meine letzte task war die minutentast und erhielt mich wo man die tür stellt wo war denn die leiche anna in elektro also nicht auf dem vent sondern ein bisschen unten drunter wo war ja ich wollte nur kurz sagen weil ich kurz am admin table war und da ist dann jemand im medbay auf einmal aufgeblockt hieß so ein kill aber das hat mich dann getäuscht wo war toady am schluss ähm ich war die ganze in camps weil ich keine task mehr habe naja das kann ich bestätigen ok ist auch in der nähe von electrical wo war lox also ich war oben cafeteria und habe meine letzte task gemacht und habe ich gesehen dass salami in medbay rumchillt habe reingeguckt und bin dann wieder weiter gegangen und dann habe ich ja dich bei den camps gesehen und ich habe da kurz reingeguckt und dann wollte ich weiter und dann kam aber schon der report ok wo war ich ja nur ganz kurz salami warst du alleine im medbay jetzt zum schluss ich kriege ganze zeit bis auf die die aussage von docks die ich so bestätigen kann dass lox da kurz an der tür stand und ich auch ok wo war es für eigentlich kann man das echt von der camps aus sehen ja ja natürlich upper engine also ich habe dich nicht gesehen ich habe dort gerade am upper engine rum gedockt dort habe da macht da die auswechseln oder so wie das heißt und jana haben wir schon befragt oder sorry jetzt komme ich gerade durch ne haben wir noch nicht ne jana noch nicht ok wir haben noch fünf sekunden dann skippen wir mal ja ja g haben wir noch einen slot zu spät gut jetzt sagst loll jetzt sagst loll hier kann ich noch eine task faken machen wir mal ein bisschen lärm das sind gleich erledigt das wird ein bisschen das hat man vielleicht noch vorhin ok 8 1 4 1 wir gewinnen das eh nicht mehr ein cooldown ist zu schlimm ja moin ich finde ich jetzt die leiche egal auf jeden fall was ich mega komisch fand ich bin ich bin O2 ja O2 war ja ich bin admin rein hab gesehen dass Toad reinläuft zum O2 fixen bin dann weiter hochgelaufen hab gesehen Salami stand auf dem Renn bin dann runter zur O2 gelaufen das war aber schon gefixt ich bin dann wieder rumgelaufen bin dann wieder rumgelaufen Salami war weg und auf einmal liegt Toad rot im admin das war ein bisschen komisch weil den führt ja auch runter zu admin und zu navigations rüber in den Flur also ich kann logs rausnehmen weil die stand die ganze zeit in den camps mit mir Ok gut mein kann ich verstehe ich gehe auf Anna wegen der geschichte vom vorzubeiron mit dem Wind mhm ich geh halt jetzt voll auf dich weil das war mega komisch du standest auf dem Wend ja das sehe ich auch so auf dem Wend gestanden jetzt hier ja das ist so das ist schon so ja das sind in dem Fall Anna... dann scheint mein bald ja langsam zu funktionieren ja ja oder du ganz sicher nicht ganz sicher warst du noch mal am schluss also ich bin gerade tatsächlich bei O2 oben ich habe dort dort ja da war die Leiche oder wo war die noch nicht die Leiche Admin vom Admin Panel wo eigentlich sonst immer Salami ist und Salami stand halt auf dem Wendt das ist jetzt halt jetzt der Salami stand halt auf dem Wendt das ist ja sieht schlecht aus für ihn ja ich sag hier an der Stelle sind Spergi und Anna ja oder du ja wenn du meinst ich war kein Kill in der Nähe lenkt jetzt nicht von dir ab dass du gewendet bist bei den ganzen letzten ich bin nicht gewendet ich bin nicht von dir ab schückel allein die letzte Runde so dass du im Lake Bay warst du müsstest denk ich wissen was Fazit also Leichstand let's kill him mach Licht aus die Leitwixen Gigi wer warst du denn noch? Gigi Zwergi war es? Zwergi und ich ja gut ist ja nicht so entfettigte Coins das ist halt ja ich hab ja versucht davon Zwergi wegzuhören deshalb wusste ich deshalb habe ich halt hier ein bisschen mit eingestimmt habe ich da halt den alles klar ich habe meine dritte Runde ich verabschiede mich ich auch danke fürs Mitspielen viel Spaß